Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Ländle TV Wochenmagazin. Genuss und Kulinarik, ein klingendes Thema, wo wir in Vorarlberg auch ganz ganz viele tolle Hotspots finden, um dieses Thema genauer zu beleuchten. Hier der dritte Teil unserer Genuss und Kulinarik Reportage. Der dritte Teil unserer Genuss Reportage beginnt im Herzen von Lauterach, genauer gesagt am historischen Mittelpunkt der Gemeinde, am Alten Markt. Wo für über 100 Jahren noch fünf Gasthäuser und etliche Geschäfte standen, ging bis heute durch den Straßenbau einiges verloren. Zeit für eine neu gestaltete Zukunft und ein ganz besonderes Projekt, das die Ortsmitte wieder aufleben lässt. Herzlich Willkommen im Johann. Seit der Eröffnung im November 2018 setzt das Hotel und Gasthaus ein neues Zeichen und lässt gleichzeitig ein Stück Tradition aufleben. Mit Charme und herzlicher Gastfreundschaft wird man hier vom Team rund um Alexander und Raffaela Berger empfangen. Das einmalige Genussrezept des Johann, eigene Lieblingsgerichte mit ehrlichem Geschmack und viel Liebe zum Handwerk. Aus der Küche kommen wirklich heimische, regionale Produkte, wie die Spezialität der 22 Stunden niedergegarte Schweinebauch oder jetzt im Herbst die Ochsepätzle, die wir rufen. Aber genauso traditionell prägt es der Welt der Kässpätzle. Wir haben nichts, wo irgendwelche Convenience-Produkte oder irgendwelche Fertiggerichte Platz finden. Es wird wirklich mit sehr guten Zutaten gearbeitet und ich glaube, die Qualität schmeckt man einfach. Also es ist ein normales Gaststurz für jedermann offen. Was uns einfach wichtig war, ist, dass es eine kleine Liebe zum Detail ist. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Das ist unser Motto geworden im Johann, weil wir denken, wenn Leute spüren, was für eine Herzensangelegenheit für uns der Johann ist, dann schmecken sie so und dann erlernen sie so in ihrem Aufenthalt bei uns. Neben dem Genuss auf dem Teller zählt dem Johann besonders die Auswahl des Weines. Die Hausweine tragen übrigens die Namen Lebenslust und Lebensfreude. Das erste war, dass wir sicher sagen, okay, Kirche soll im Dorf bleiben und wir wollten mit dem Walter Pfanner da zusammen schaffen, haben wir natürlich die Weine natürlich genauso im Programm. Genauso wie die Italiener, die wir auf der Karte haben. Die Lebenslust und die Lebensfreude, die kommt von einem Bio-Winzer, einem kleinen, in den Fels am Wagram. Das Qualitätsbewusstsein zieht sich wie ein roter Faden vom Restaurant bis zu den Zimmern, die ein komfortables Zuhause auf Zeit schaffen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir von Anfang an sehr stark involviert waren in der Planungsphase und haben uns auch mit unseren Ideen einbringen dürfen. Wir haben sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Wir haben wirklich auch heimische Produkte. Wir haben alle, also die Jokka-Matratze und da auch wirklich ein gutes Produkt. Da haben wir schon das Feedback gekriegt, das ist super in einem Hotelaufacher, ohne dass man gekürzt wird. Der Johann ist eine neue, lässige Art der Gastronomie zu Lutherach und die sollen Glück kennenlernen und sie sollen lernen, wie lässig wir haben und wie gerne wir unsere Sachen machen. Im Johann zählt neben dem Genuss vor allem eines, das Gastgeben auf Vorarlberger Art. Dieses Qualitätsmerkmal zeichnet auch das Traditionshaus Taube im Klostertal aus und das seit dem 19. Jahrhundert. Heute, in fünfter Generation, stecken nach wie vor Menschen dahinter, für die das Gastgeben, Leidenschaft und Profession zugleich ist. Früher war ja das Klostertal ein klassisches Durchreiseziel vom Vorarlberg über den Adlberg ins Tirol und da war damals schon die Traube als Postkutschen-Pferdewechsel stationiert und das ganze Haus hat sich dann bei meiner Familie weiterentwickelt. Früher mehr bekannt rein durch die Küche über kulinarische Genüsse. In späterer Folge haben auch meine Vorfahren die Zeit erkannt und haben immer ziemlich langfristig gedacht und haben die Traube vom einfachen Gasthaus immer weiterentwickelt, dass ich bis zum heutigen Ergebnis sehen lassen kann. Ein Alleinstellungsmerkmal des Vier-Sterne-Hotels ist das besondere Ambiente, denn die Kombination jahrhundertealter Bauernstüble und stilvoller moderner Gasträume hat einen ganz eigenen Charme. Wir sind ein komplett konträrer Weg gegangen. Bei uns ist jeder Tag anders. Wir haben jeden Tag eine andere Gästgeschichte, von Urlaubern bis zu Geschäftsreisenden, die einheimischen Gäste. Und wir haben da auch versucht, Altes mit Neuem zu verbinden. Zum einen die alten Stuben, wo sich die Gäste sehr wohl fühlen in diesem Ambiente, wie es früher war, aber genauso ein bisschen einen modernen Touch hineingebracht, der sich speziell im Sparbereich, aber auch in den neuen Räumlichkeiten des Restaurants wiederfinden und auch in den Zimmern fortsetzt. Der Sparbereich war einer dieser Bausteine, wo wir gesagt haben, auf mehreren Füßen gleichzeitig zu stehen, nicht nur das Hotel und das Restaurant zu betreiben, sondern zusätzliche Möglichkeiten zu finden, wo wir Gästgeschichten ansprechen können. Für die Gäste kommen die Vorzüge der Vorarlberger Lebensart besonders in der Kochkunst der Traube zum Ausdruck. Von morgens bis abends wird hier eine regionale Genussvielfalt angeboten. Im Vordergrund steht natürlich auch unser Frühstücksbuffet, das eigentlich alle Stückchen spielt, die man sich von einem zeitgemäßen und schönen Frühstück vorstellt. Wir sehen uns nicht als die abgehobene Küche, sondern wir wollen was Gutes, was Schmackhaftes auf den Teller bringen und da auch ein relativ weites Spektrum abdecken. Wir arbeiten sehr viel mit unseren regionalen Partnern zusammen. Alles, was angeboten ist, versuchen wir in unsere tägliche Arbeit einzubeziehen. Wir wollen einfach eine Ambiente schaffen, die nicht nur in einem großen Raum stattfindet, sondern da eignen sich speziell unsere kleinen Stuben, wo man genussvoll isst und das Ambiente herum konsumieren kann, einsaugen kann. Und das Ganze abgerundet gibt dann wirklich diese spezielle Stimmung vielleicht damit. Wer demnach in Vorarlberg zu Gast ist, kann das Land bei jedem Besuch als Maßstab für Qualität, authentische Gastfreundschaft und Regionalität erleben. Weiter geht's nun bei uns mit einer neuen Ausgabe von unserem Ländle Talk. Hier darf sich Ländle TV-Geschäftsführer Günther Oberscheider wieder mit einem spannenden Gast unterhalten. Es geht dieses Mal um die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk. Wiederum direkt hier aus dem Studio am Garmarkt in Götzis. Heute ein Thema, das nicht nur bei den Landtagswahlen ein großes Thema war, sondern die Menschen in Vorarlberg generell interessiert und natürlich auch berührt. Und zwar geht es um leistbares Wohnen. Bei mir ein Mann, der sich mit leistbarem Wohnen und überhaupt was ist leistbar und nicht leistbar auskennt. Herzlich willkommen, Herr Köp. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Herr Köp, ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch, weil es sehr spannend ist. Ja. Sie sind in einer Branche, die für mich so nicht bekannt war, Sie sind Kreditmakler. Genau. Was ist ein Kreditmakler? Naja, ein Kreditmakler kann irgendwie verglichen oder sinnesgemäß macht er das gleiche wie ein Versicherungsmakler. Der sondiert für seine Kunden einfach die Bankenlandschaft und versucht dann nachher, wie der Name schon sieht, Kreditmakler für einen Kunden noch hat, das Optimum an einem Kredit auszuholen. Das heißt einmal, ein Kunde sagt, ich möchte eine Wohnung kaufen, ich möchte ein Haus kaufen, irgendetwas. Ich möchte aber nicht selber zu der ganzen Bank herrennen. Dann kann der zu mir kommen, dann kriegt der von mir zuerst einmal eine Beratung. Wo geht es in die Strategie an? Was würde ich da gerne? Wo geht es in die Zukunft an? Eine Familienplanung etc. Und dann haben wir einmal ein Konzept und das unterbreiten wir nachher den ganzen Banken. Und dann kriegen wir die Angebote von der Bank. Und wir gehen dann nachher die weitere Folge einfach mit dem Kunde durch. Und dann kann er sich neutral für eine Bank und für ein Angebot entscheiden. Also wie gesagt, Versicherungsmakler ist bekannt. Die Vorteile eines Versicherungsmakler kennt man auch. Und die Vorteile bei einem Kreditmakler liegen ja in dem Fall auch auf der Hand. Es gibt unterschiedliche Angebote. Ganz genau. Aber wie wird man Kreditmakler? Wie wird man Kreditmakler? Also ich muss gestehen, bei mir war ziemlich früh klar, dass ich keinen technischen Beruf ausüben würde. Ich habe dann auf das eine Bürolehre gemacht. Und während der Lehre bin ich darauf gekommen, naja, vielleicht hätte ich doch noch gerne das eine oder andere lernen. Ich habe berufsbegleitend Matura und Studium nachgeholt. Ich bin dann nachher in weiterer Folge auf einer Bank gelandet. Vom Papa, der war Revisor bei einem Steuerberater. Also die Liebe zu der Zahl eine kleine mitkriegt. Und habe das damals als Firmenkundenberater angefangen. Das heißt also, dass ich im Prinzip für Unternehmen zuständig war. Habe dann noch später mal ein kleineres Team übernommen, wo nichts anderes macht als Finanzierungen für Dritte. Sprich, ich habe damals Kreditmakler betreut bei der Bank. Und ich bin jetzt schon mal draufgekommen, dass das eigentlich ein ganz interessantes Metier ist. Und als engagierter Mitarbeiter habe ich natürlich schon mal geschaut, dass es für den Kunden passt, aber natürlich auch für das Unternehmen. Das Problem war, dass ich immer nur diese Produkte, die das Unternehmen gerade angeboten hat, diese Bank, mit meinem Kunden abgetragen können. Und irgendwann haben wir gedacht, komm, wechseln wir mal die Seiten. Jetzt sage ich im Prinzip jetzt Hilfe der Leute mit meinem Know-how aus und versuche für sie optimale Finanzierungen zum Auserholen. Jetzt das Thema leistbares Wohnen. Ich habe es in der Rahmenmoderation erwähnt. Ja. Vorarlberg hat ja wirklich das Problem, nicht nur junge Leute, sondern generell wird ja das Wohnen in Vorarlberg immer teurer. Also österreichweiter Vergleich explodiert Vorarlberg. Warum ist das in Vorarlberg grundsätzlich so teuer und vor allen Dingen ist es irgendeine Besserung in sich? Ich habe eine persönliche Meinung. Ich denke einfach, Vorarlberg ist eine starke Wirtschaftsregion. Vorarlberg ist ein tolles Land mit tollen Leuten, die einfach sehr fließig sind. Und an Preisen steht auch Angebot und Nachfrage. Und jetzt haben wir natürlich Zuzug in Vorarlberg. Wir haben irgendwo eine begrenzte Anzahl an Wohnungen und die Leute können es sich leisten. Und somit wird einmal das Mieten teuer. Ich glaube, ich habe vor kurzem gelernt, Bezirke Bregenz, Dornbirn und Vellkirch sind in den Top 5 österreichweit, was den Mietzins betrifft. Ist der Einfluss aus der Schweiz auch mit ein Grund, dass die Preise so hoch sind? Also ich kann mir das vorstellen. Wir haben viele Grenzgänger, die in der Schweiz hier nicht schaffen, bei uns wohnen. Die schaffen körig und verdienen in dem Fall auch körig. Und somit steigt auch die Kaufkraft in Vorarlberg. Und das ist halt wieder, wie ich gesagt habe, ein Angebot und Nachfrage. Wir haben sehr viele Leute, die sich das leisten können und somit wird einfach das Angebot erhöht. Jetzt hatten wir Landtagswahlen, das war bei den Politikern das große Thema, leistbares Wohnen in Vorarlberg. Was sagt jetzt ein Profi als Kreditmakler, was sollte die Politik unternehmen? Man müsste mal analysieren, wie kommen diese Steigungen zustande? Ist das eine reine Gewinnoptimierung der Bauträger? Ist das wirklich rein auf das Grundstück zum zurückführen, das immer dürrer und dürrer wird? Schwierig zu sagen. Ich meine, die Politik versucht mit Fördermöglichkeiten dagegen zu steuern. Dass auch junge Menschen sich das noch leisten können, gewisse Wohnungen. Aber es wird sicher schwierig in Zukunft. Wie reagieren eigentlich die Bauträger auf diese Preissteigerungen? Jetzt bin ich kein Bauträger, ich kann es da nur vermuten. Die werden sich wahrscheinlich freuen, dass man im Prinzip solche kantonierlichen Steigerungen hat bei den Preisen. Dass es einfach immer noch genügend Leute gibt, die sich das leisten können. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ein tolles Produkt zu einem tollen Preis zum Verkaufen und ich habe dementsprechend genug Interessenten, dann würde ich das um den Preis verkaufen. Es müsste halt mal eine Reduktion geben bei den Interessenten. Und dann wird halt das Angebot angepasst. Was mich interessieren würde, also ich habe für mich eigentlich eine Antwort darauf, aber vielleicht gibt es eine andere. Was ist eigentlich interessanter, mieten oder kaufen in der jetzigen Zeit? In der jetzigen Zeit. Ich glaube, das kommt darauf an. Man muss selber noch wissen, woran das Lehrwerk einführt. Habe ich noch Interesse als junger Mensch zum Reisen? Möchte ich vielleicht noch was lernen? Möchte ich vielleicht im Ausland schaffen? Ja, der soll definitiv mieten. Ansonsten jeder, der sagt, ich fühle mich da so wohl. Ich habe einen super Job, ich habe eine tolle Frau, Freundin. Ich möchte eine Familie gründen. Da würde ich jetzt eh empfehlen, wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, zum Kaufen. Mit einem höchst interessantes Zinsniveau momentan. Wie wir schon drauf gekommen sind, günstiger wird es auch nicht da. Ja, und mieten muss man es lieber erlangen. Also es spricht einiges fürs Kaufen, wenn die Möglichkeiten vorhanden sind. Und wenn die Person dazu passt? Nicht, wiederum eine nicht vorbereitete Frage, aber es interessiert mich persönlich. Freude. Ich bin in einer Generation, bei uns war damals noch der Yen-Kredit ein Thema. Ja. Später dann der Schweizer Franken-Kredit. Gibt es das eigentlich noch? Also nur noch denn, wenn man auch wirklich Schweizer Franken verdient, der Yen selber Nummer. Aber für unsere Grenzgänger gibt es noch Banken, die sagen, jawohl, du verdienst Schweizer Franken. Es wäre jetzt nicht schlau, dir einen Euro-Kredit zu geben, weil wir kontinuierlich mit diesem Kursrisiko zum Kämpfen haben. Das war ja früher das Problem von vielen Vorarlberger. Man hat Euro verdient. Schweizer Franken war der Kredit. Sobald sich da die Kurse verändert haben, speziell wo der Schweizer Franken so stark geworden ist, sind halt dementsprechend die Schulden gestiegen. Deshalb sagt man eigentlich schon, dass man in der Währung, wo man Geld reinkommt, wo man verdient, dass man auch in der Währung finanziert. Es war eine Zeit lang gang und gäbe Schweizer Franken-Kredit. Niedriges Zinsniveau. Da haben wir halt im Euro noch ein höheres Zinsniveau gehabt. Und dementsprechend hat man einfach auf einen Yen-Kredit gewechselt. Wobei ganz klar nicht das Risiko in dem Fall im Zins liegt, in der Zinssteigerung, sondern im Kursverlauf. Eine ganz einfache, laienhafte Frage. Wie finanziert man dann richtig? Wie man richtig finanziert? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Leider kann man die nicht bloß mit einem Satz beantworten. Aber ich persönlich glaube, finanzieren ist eine Bauchgefühl-Geschichte. Man muss sich mit dieser Entscheidung wohlfühlen. Somit ist für jeden anderen richtig eine andere Form der Finanzierung. Der eine ist ein kleines konservativer. Der sieht einfach los zu. Ich hätte gerne einen Fixzinssatz. Momentan sowieso sensationell die Fixzinssätze, was die Bank abiert dann. Und der ist schon bereit zum ein kleines Mehrzahlen, als für einer, der das dann nachher Variable hat. Variable ist nichts anderes als wir. Je nach Wirtschaftslage verändern sich die Zinsen nach oben und nach unten. Dadurch, dass man momentan so ein niedriges Zinsniveau hat, können die Zinsen eigentlich bloß noch irgendwann einmal nach oben gehen. Die Frage ist wenn. Und wenn einer sagt, ich bin bereit, jetzt ein kleines Mehrrisiko zu mir gehen, weil ich denke, das Zinsniveau bleibt tief. Der wird dann halt variabel. Und somit haben wir verschiedenste Typen mit verschiedensten richtigen Finanzierungen. Wie lange kann man eigentlich Fixzinssatz vereinbaren und machen? Längste Laufzeiten? Wenn man zum Beispiel, wo liegen die Zinssätze heute? Das interessiert vielleicht unsere älteren Zuseher, weil zu meiner Zeit waren es noch ganz andere Zinssätze. Da haben wir noch mit 12 und mehr Prozent finanziert. Unfassbar. Und heute liegen sie wo ungefähr? Je nach Bonität und je nach Bank können wir zum Beispiel sagen, dass man einen Fixzinssatz auf 15 Jahre. Das bedeutet, dass einfach 15 Jahre wirklich die Rate konstant bleibt. Da können wir liegen von einer Bandbreite von 1,20 auf 15 Jahre. Bei sehr, sehr guter Bonität bis 1,75. Ein Thema auch nicht vorab gesprochen. Bausparen. Ist eigentlich Bausparen noch interessant? Das Bausparen oder das Bauspardarlehen? Ja, grundsätzlich Bausparen ist klar. Eigentlich zahlt man ein, bekommt nach sechs Jahren das Geld heraus. Das ist schon mal eine gute Möglichkeit zum Geld aufzüterbringen. Und die Verzinsung ist ja auch sensationell. Sensationell. Naja, es ist irgendwo schwierig etwas zum Gerber, weil man auf der anderen Seite nicht viel hinbekommt als Bank oder als Bausparkasse. Das Bausparkassendarlehen hat natürlich auch noch seine Berechtigung. Man hat da sehr schöne Fixzinssätze, sehr schöne Modelle. Die Bausparkasse ist schon ein bisschen flexibler, was das Alter betrifft. Da sind wir wieder bei dem Thema. Es ist nicht jede Bank für jeden Kunden geeignet. Man muss einfach die passende Bank zum Kunden finden. Und dann kann man dann nachher dementsprechend als Kreditmakler variieren. Ich hätte eigentlich noch eine Frage vorbereitet, aber die hat sich aus diesem Gespräch für mich schon fast erledigt. Warum sollte ich zu Ihnen kommen? Also warum soll man zu einem Kreditmakler kommen? Weil er natürlich dem Kunden ganz viel Arbeit abnimmt, Zeit. Ist ja nicht so, dass man nur einen Banktermin hat und dann gleich einmal das fertige Angebot von der Bank kriegt. Nein, man muss da öfters rein gehen. Warum man zu mir kommen muss oder es darf, sollte, keine Ahnung wie das ist. Kann. Kann, das ausdrucken darf. Dadurch, dass ich natürlich von der Bank komme, kann ich auch die Sitter und kann im Prinzip dem Kunden die Sichtweise der Bank erklären. Und das ist mir eines von den wichtigsten Anliegen. Meine Kunden sollen nach meinen Gesprächen oder nach den gemeinsamen Gesprächen, sollen sie einfach wissen, was sie da abgeschlossen haben. Sie sollen sich mit der Materie wohlfühlen. Sie sollen ein gutes Buchgefühl haben. Und ich berate von daheim aus. Leider sind die Leute zu mir daheim. Weil man fragt so viel Persönliches. Und ich muss so viele persönliche Sachen wissen, dass ich mir denke, es ist nur fair, wenn ich auch etwas Persönliches zurückgebe. Klingt absolut vernünftig. Und Juchen Köp, Köp Finanz, oder? Ja. Hat aber nicht nur, wenn wir beim Privaten jetzt noch sind. Bitte, ja. Hat nicht nur, ja, lebt natürlich, lädt die Kunden auch nach Hause ein. Aber ich nehme an, er ist nicht immer nur zu Hause. Ich weiß aus dem Vorgespräch, Sie waren oder sind Ringer. Genau. Ringer, ein Sport in Vorarlberg, der es absolut in sich hat. Wir haben tolle Vereine. Fünf Vereine in Vorarlberg. Fünf Vereine, auch Wohlfahrt. Ganz genau. Mit dem Sie mitweisen, ein starker Verein. Ja, genau. Macht Ringen einem nicht nur körperlich, sondern auch geistig stärker? Man lernt mit Stresssituationen umgehen. Man ist im Prinzip, wenn man da so seinen Kampf hat, da heißt das Mann gegen Mann. Man kann nicht auf seinen Partner vertrauen. Also ich glaube schon, dass man nicht nur körperlich stärker wird, sondern auch mental reift. Man muss über seine Grenzen aussiegen. Das macht absolut Sinn auch für das weitere Leben. Also ich habe mich bemüht, dieses Gespräch sympathisch zu führen, denn ich will nicht mit Ihnen auf die Matte. Ich bin ganz armlos. Wir sind schon fast am Ende. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wünschen? Gesund bleiben. Dass es meinen Freunden, Familien, Bekannten allen noch gut geht. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Und allen Vorarlberger eine vernünftige Finanzierung, nehme ich an. Das wünsche ich definitiv jedem Vorarlberger. Ganz klar. Vielen herzlichen Dank. Aus meiner Sicht war es das. Wenn es nicht mehr Besonderes zum Anbringen gibt, bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Wir dürfen eigentlich Ringer trinken. Sehr, sehr gerne sogar. Also immer als Person. Dann dürfen wir noch anstoßen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und weiterhin viel Erfolg. Danke. Es mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank für alles. Zum Wohle. Danke. Liebe Zuseher, ich hoffe es war für Sie ähnlich interessant wie für mich. Und ich verspreche Ihnen natürlich auch nächste Woche wiederum einen interessanten Gast hier bei uns beim Ländle Talk. Schön, dass Sie mit dabei waren. Das Ländle TV Wochenmagazin und Ländle TV der Tag. Täglich um 12 und 23 Uhr auf R9. Regionales Fernsehen Österreich. Generation Online Вот expanding das 예pp面 vor Ort. Highspiel am Ländle TV am Ländle Hummel. Das Thema Klimaschutz ist ja nicht nur bei uns in Vorarlberg, sondern eigentlich auf der ganzen Welt die letzten Wochen und Monate in aller Munde. Aber was tut man denn in Vorarlberg bereits für den Klimaschutz? Schon gewusst? Klärt auf! Schon gewusst, dass Vorarlberg bereits einige Maßnahmen zum Klimaschutz getroffen hat? Eine Schlüsselrolle hat dabei die Wasserkraft als erneuerbare Energiequelle. Denn über 70 Prozent der im Land erzeugten Energie stammt tatsächlich aus Wasserkraft. Dass Vorarlberg auch ein Vorreiter in Sachen Mülltrennung ist? 128 Kilogramm Müll trennt der Vorarlberger jährlich und steht mit seiner Leistung im Bundesländervergleich an erster Stelle. Dass der heimische Radverkehr im Alltag doppelt so hoch ist wie im österreichischen Durchschnitt? Derzeit gibt es über 400 Kilometer beschilderte Radwege und diese sollen auch in Zukunft konsequent ausgebaut werden. Dass die Züge der ÖBB seit 2019 mit 100 Prozent Bahnstrom aus erneuerbaren Energieträgern wie Wasserkraft, Wind und Sonne auf Schiene sind? Übrigens liegt das Ländle im Österreichschnitt bei der Nutzung von Bus und Bahn auf Platz 2 nach Wien. Nun machen wir uns wieder auf die Reise gemeinsam mit Andreas Seeburger Ostergondel auf den Motorsberg. Der Gast in dieser Woche ist Markus Netzer. Viel Vergnügen! Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Gemüsegärtnermeister sucht Frau. Nein, Blödsinn! Fast ja. Fast so ist das Ostergondel. Dürfen wir wieder präsentieren und der mal mit einem ganz interessanten, junger, sympathischen Mensch, der wirklich noch zu haben wäre. Und zwar der Markus Netzer aus Gortipol. Genau. Gortipol, ja. Und ich habe es schon erwähnt. Habe ich es richtig gesehen? Gärtner? Gemüsegärtnermeister. Gemüsegärtnermeister. Ganz wichtig. Ich habe liss, dass es stimmt. Du hast gerade für den Eingang eine gewaltige Philosophie für dein natürliches Denken in der Welt. Und du hast jetzt gerade im Vorgespräch auch erwähnt wieder, was für dich so wahnsinnig wichtig ist. Nämlich? Ja, ich versuche es mal ganz kurz zu formulieren. Mir ist es wichtig. Ich glaube, dass wir Menschen aufgerufen sind, dass wir mehr Verantwortung für uns selber übernehmen, dass es uns gut geht. Und somit auch ein Gefühl, ein Gespür entwickeln, wie wir mit der Natur, mit den Mitmenschen und mit den Tieren herumgehen. Und das habe ich mir zum Leitbild gemacht und schaue da, dass ich das möglichst gut umsetzen kann. Und jetzt kommen wir genau in Medias Res. Du hast viel mit Gemüse zu tun. Richtig. Du hast viel mit Tieren zu tun. Man darf sagen, du bist ein kleiner Bauer, der ein schönes Fundament von seinen Eltern gekriegt hat. Und die Leidenschaft für diese Kleinviehzucht und Gemüseanbau, das hast du viel übernommen? Ja, das hat schon sehr früh angefangen. Ich habe als Kind jeder Quadratmeter geartet und gefragt, ob ich auch noch etwas anbauen darf. Das hat mir schon mitgegeben. Ja. Und so ist es immer gewachsen. Später habe ich ein Gewächshaus-Villa und Blumen sind immer nicht genug gewesen. Und etwas Villa, das man nachher auch essen konnte und das halt möglichst wirklich daheim erzeugt hat. Ja, also daheim erzeugt im Sinne von deinem kleinen Obst, deinem kleinen Obst, so muss ich sagen. Jetzt tust du also Gemüse anbauen? Ja. Genau. Ja. Ich habe ein kleines Gemüseleidchen daheim. Ja. Nebsten Gemüse einiges ein Erdtöpfel. Ja. Ein bisschen Beerenobst, so ein bisschen Streuobst. Ja. Schwiegen haben wir, einiges an Mutterkühe, Mutterschaf, einige Hennen habe ich. Da habe ich so einen Wohnwagen umgebaut, jetzt habe ich noch einen Hennen anbauen. Jetzt habe ich noch einen Hennen anbauen. Hennenwagen? Ja, genau, genau. Die Idee ist halt, dass man es immer weiterfahren kann, dass sie immer schön grönen Auslauf haben. Ah, so ist das gedacht. Okay. Genau. Sehr gut. Ja, das habe ich mal auf Facebook irgendwo gesagt. Auch sowas ähnliches. Ganz eine geschickte Sache. Jawohl. Wenn jetzt du zurückblickst, jetzt noch einmal in deine Kindheit, was man da da mitgehen hat. Wie ist es denn damals gewesen? Hat man dort auch mit dem Gedanke, Viehzucht und Gemüsezucht betrieben, wie es du heute machst? Ja, ich glaube den Grundstock natürlich haben wir meine Eltern gelebt. Wobei wir auch noch einen kleinen Haus geartet haben. Der Vater hatte eigentlich schon Kühe und Schafe. Zuerst haben wir die Kühe noch gemolken früher. Mittlerweile lassen wir alles saugen. Mir ist das zu wenig gewesen, weil ich habe einfach gemerkt, ganz Vorarlberg hat einen riesengroßen Selbstversorgungsgrad an Milchprodukten. Ja. Aber kaum ein Getreide oder ein Gemüse oder so etwas. Und das habe ich ändern wollen. Weil wir brauchen halt anderes als nur Fleisch und Milch und dernige Sachen auch für unsere Ernährung. Ja. Jetzt, du bist zarte 30. Richtig. Hast du deine, ist das eine Lehre eigentlich, was man da gemacht hat, wo du deine Urkunde hast, das Gemüsegärtnermeister? Genau. Also zuerst habe ich Gemüsegärtner gelernt als Lehrern nach der Landwirtschaftsschule. Und auf einem Demeterbetrieb habe ich dann einige Jahre im Ausland gearbeitet, in einem Biolandbauprojekt hier in Mittelamerika, in El Salvador. Und habe hier in der Schweiz und überall ein bisschen meine Erfahrungen gesammelt. Und ja, bei uns kann man es mittlerweile auch lernen. Und vor einigen Jahren habe ich jetzt noch gesehen, möchte ich den Meister noch drauf setzen. Ah, okay. Da habe ich den dort tatsächlich gemacht. Respekt. Genau. Wie ist das im Ausland so für dich gewesen jetzt? Anders, nehmen wir an? Natürlich. Anders, aber nicht sehr ähnlich. Ja? Irgendwie. Also natürlich, Mittelamerika ist ein sehr großer Kontrast, vor allem was Kriminalität betrifft. Aber auch, wie die Leute dort, sag ich jetzt einmal, ticken. Mit der Natur umgehen? Natürlich. Mit der Natur umgehen? Natürlich. Aber auch, das habe ich jetzt reingedruckt, die Leber als Einstellung, sie haben es nie gelernt, wirklich selber Verantwortung für sich zum Übernehmen. Ja. Man hat immer gesehen, wie er. Ja, genau. Und da bin ich in einer sogenannten Entwicklungszusammenarbeit in einem Projekt mitgeschafft und da habe ich das Ganze bis auf Arbeit dürfen. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. 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 Kann man das alles wirklich im Tal machen? Ja. Also natürlich. Saatgut. Einen kleinen Teil kann ich selber produzieren, aber das Meiste kann ich von biologischen Saatgutfirmen kaufen und einiges natürlich haben Jungpflanzen schon vorgezogen. Also ein Gewächshaus habe ich noch nicht und vor allem ist es natürlich auch arbeitstechnisch ein riesen Aufwand, das alles selber zum Vorbeziehen. Wie viele Leute sind da, die arbeiten mit den Händen? Also ich sage jetzt einmal zu zweit. Zu zweit? Anna und ich. Also Oma auf Deutsch. Die Oma, wie viele Mutter von der ist, die Großmutter hilft mit. Also vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Toll, dass ein junger Mensch sich so der Natur und alles widmet. Ich wünsche dir weiterhin noch viele tolle Gedanken und innovative Sachen, die du entwickeln kannst in Mutafu. Ich hoffe, dass das ein paar Leute sehen und das auch mal vor dir anschauen können. Und wie gesagt eingangs schon, er ist noch zu haben. Vielen Dank. Ein ganz natürlicher Bursch im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank fürs Kau und vielen Dank fürs Zulagern. Wiese Gott, vielen Dank. Wir sind nun auch schon wieder am Ende von unserem LändleTV-Wochenmagazin. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es folgt nun wieder Fokus Sport. Dieses Mal mit Benedikt Drechsel. Und ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Meinen Sie es gut. Tschüss. Dein Schuss soll zum Schatten im Kreuzeck des gegnerischen Tors werden. Dein eigener Schatten soll bei deinem Antrieb blass aussehen. Das richtige Equipment in Sachen Fußball findest du bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn und Vandans. Diese Sendung wird präsentiert von Admiral. Drei im Sport. Du gewinnst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Sport. Wir beginnen direkt mit der VNAT Elite Liga. Da steht ja der Dornbirner SV seit dem dritten Spieltag an der Tabellenspitze. Und nun fehlt nicht mehr viel bis zum Erreichen des Playoffs. Die Ausgangslage für den DSV ist klar. Holt man in Wolffort einen Punkt, so löst man fix das Ticket für die Regionalliga-Playoffs im Frühling. Der FCW allerdings heimstark. Holte man ja vier der fünf Siege auf dem eigenen Platz. Und mit diesem Mut starten die Gelb-Blauen auch in die Partie. Benjamin Neubauer nach 34 Sekunden. Dieser bringt dann in der 21. Minute einen Eckball rein und brüstle erfolgreich im zweiten Versuch. Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung für Wolffort. Kurz darauf klopft der DSV zum ersten Mal an. Bodemann für Erhard, jedoch kein Problem für Godula. Erhard wenig später in ähnlicher Position. Dieses Mal jedoch das Zuspiel auf Röser und der Ausgleich. Kann man mal so machen. Feiner Schlenzer zum 1 zu 1. Sogleich der Pausenstand. Kurz nach Wiederbeginn. Ecke DSV. Und am linken Bildrand taucht erneut Röser auf. Der Ball ewig lang unterwegs. Kein Wolfurter kümmert sich um den Elfer des DSV und der nimmt die Kugel direkt und trifft zum 2 zu 1. Sehenswerter Treffer, jedoch Wolfurter viel zu passiv in dieser Situation. Nach einem Eckball wird es gleich wieder gefährlich. Erhard spielt die Kugel kurz ab und bekommt sie erneut. Abschluss saust am Kasten vorbei. Es geht hin und her. Brüstle setzt sich durch, aber lässt dann diese Chance liegen. Zum Haare raufen. Großchancen-Alarm dann in der 76. Wieder auf der anderen Seite. Erhard für Kaufmann, doch im letzten Moment Djordjevic dazwischen. Die letzten Minuten laufen bereits. Der DSV jetzt mit viel Platz zum Kontern. Erhard verschleppt das Tempo ein wenig, aber agiert erneut uneigennützig. Junior mittlerweile eingewechselt, doch wieder ein Wolfurter dazwischen. Der FCW mit einer tollen kämpferischen Leistung. Erback in der Nachspielzeit, Fendt mit der Parade. Die flache Hereingabe von Treu dann an Freund und Feind vorbei. Somit bleibt es beim 1 zu 2 und der DSV feiert den Aufstieg ins Playoff. Ob da Andreas Röser mit von der Partie sein wird, ist noch offen. Der Top-Torschütze der Dornbirner geht demnächst auf Weltreise. Die Dornbirner dürfen im Frühling also auch reisen, jedoch nur bis nach Tirol oder Salzburg. Das würden gerne auch die Langenecker. Diese haben drei Spieltage vor Schluss noch die reelle Chance, Platz 2 zu erreichen. Beide Teams, zuletzt überaus erfolgreich, gehen mit breiter Brust in die Partie. Agieren nach dem Ampfiff von Schiedsrichter Dichtl mit Vollgas. Das Standgas bleibt in der Kabine. Initiativ und zweikampfstark erarbeiten sich die Heimischen die Kontrolle im Spiel. Es dauert allerdings bis zur 13. Minute, bis der SSR so richtig gefährlich vor den Langenecker Kasten kommt. Beuter in die Gasse für Kilian Schöck und es heißt 1 zu 0. Nein, der Treffer zählt nicht. Die Fahne ist oben, abseits. Der SSR weiter im Vorwärtsgang. Machtdruck, sieben Minuten später. Zwanzigste Spielminute, schneller Angriff der Heimischen über die linke Seite. Sola findet Julian Mayer und es heißt 1 zu 0 für den SSR. Die Heimischen mit mehr Spielanteilen, doch den Gästen gelingt es immer wieder, die gegnerischen Stürmer vom eigenen Tor fernzuhalten, die kritische Phase schadlos zu überstehen. 31 Minuten sind gespielt. SSR-Kapitän Felix Schöck reklamiert zu heftig. Indirekter Freistoß für die Gäste. Patrick Maldoner kurz auf Kevin Bentele und der Langenecker Gullgetter gleicht mit seinem 12. Saisontreffer zum 1 zu 1 Pausenstand aus. Die Partie ist wieder offen. Nach dem Seitenwechsel kommen die Langenecker mit mehr Engagement aus der Kabine. Was für ein Auftakt für die Wälder. Flanke des USA. Direktabnahme Bentele. Top-Safe von Röthi Skipper Wachter. Es hätte gut und gerne 2 zu 1 für die Gäste heißen können. Die Partie weiter offen mit leichten Vorteilen für die Wiesentheiner Elf. 78. Spielminute. Das Schöhüttes im Radstadion. Livio Stückler mit dem Energieanfall. Weiter auf Bertolt. Der Flankenball segelt über Freund und Feind hinweg. Kilian Schöhe ist da und kretscht die Wuchten zum 2 zu 1 ins Netz. In der Schlussphase der Partie überschlagen sich die Ereignisse. Sechs Minuten nach dem Führungstreffer wieder zündet Livio Stückler den Turbo. Zieht ab. Durch seine Granate lenkt Langenecker Kipper wohlgenannt ans Aluminium. Zwei Zeigerumdrehungen später. Weiter Abschlag wohlgenannt. Marcel Maldonar. Weiter auf Paula de Sousa. Der packt den Hammer aus. Und Trieste Kugel aus rund 20 Meter mit einem Treffer. Marke Tor des Monats. Genau in den rechten Winkel. Ausgleich 2 zu 2. Doch damit nicht genug. Beide Teams wollen mehr. Wollen den Dreier. Und der gelingt schlussendlich den Gästen. 89. Spielminute. Nur 3 Minuten nach dem Ausgleich. Patrick Maldonar mit dem Stanglpass von links. Wackernell rutscht aus. Pentele steht da, wo ein Goalgetter eben stehen muss. Und er zielt den 2 zu 3 Sieges Treffer für den FC Langeneck. In einer Partie, in der sich der SC Rötis zumindest einen Zeller verdient hätte. Damit alles ziemlich eng zusammen in der VNAT Elite Liga. Der DSV mit 37 Punkten zwar durch, aber danach wird es knapp. Hohenems auf Platz 2 mit 29, gefolgt von den Alltag Juniors nur einen Zeller weniger. Und Langeneck nun mit 27 Punkten. Schwarz-Weiß-Bringens mit 24 Zählern hat nur noch Außenseiterchancen auf Platz 2. Damit wechseln wir zur Frauen-Bundesliga. Dort möchte der FFC Vorderland nach 5 Niederlagen in Folge wieder anschreiben. Mit dem punktegleichen Rivalen FC Südburgenland könnte dies nun klappen. Achte Runde in der Planet Pure Frauen-Bundesliga. Der FFC-Verfester Vorderland trifft im letzten Heimspiel der laufenden Herbstsaison im Duell West gegen Ost auf den FC Südburgenland. Die Gäste, zuletzt dreimal in Serie erfolgreich, wollen auch im Ländle ihre Serie fortsetzen. Doch der FFC drückt von Beginn weg aufs Tempo, will die drei Punkte unbedingt im Vorderland behalten. Denn Gästen zeigen, wer die Frau im Hause ist. Die Zweikämpfe werden angenommen, der Gegner unter Druck gesetzt. Mehr Ballbesitz, ohne daraus aber echte Torchancen zu kreieren. Offener Schlagabtausch im Radstadion bis zur 23. Minute. U19-Teamspielerin Anna Bereuter wird von Emily Köppel gefault. Freistoß rund 20 Meter vor dem Burgenländer Kasten. Die gefaulte Selbst tritt an und zwirbelt die Kugel um die Mauer herum zur Vorderländer Führung in den Kasten. Nur 2 Minuten später Sitzer auf das 2 zu 0. Zuckerflanke Anna Bereuter, Kopfball Eileen Kempel knapp am Burgenländer Kasten vorbei. Und so geht es mit einem knappen 1 zu 0 für die Simonelli-Elf in die Pause. Hinein in die zweite Spielhälfte. Die Gäste gehen aggressiv ans Werk, wollen über gewonnene Zweikämpfe ins Spiel zurückkommen. 57. Spielminute, der FFC agiert zu sorglos. Ballverlust im Mittelfeld und dann geht's schnell. Mignarikova auf Stefanie Koch-Lefebvre. Die Angreiferin fackelt nicht lange und die Kugel zappelt zum 1 zu 1 im Netz. Doch die Vorderländerinnen stecken nicht auf, wollen unbedingt den zweiten Heimdreier in der laufenden Spielzeit einfahren. Doch vorerst können Kempel und Co. aus den sich bietenden Möglichkeiten kein Kapital schlagen. 60. Spielminute, Burgenland Torfrau Eberhard hat mit einem Schädlerschuss kein Problem und nur eine Minute später zählt Decker knapp drüber. In der 72. Spielminute dann doch der Führungstreffer für den FFC. Kiki Kirchmann auf Claudia Schädler. Deren Flanke wird länger und länger und senkt sich zum Entsetzen der Gäste zum 2 zu 1 genau ins Lange Eck. Nun versuchen die Gäste aus dem Burgenland alles, um zumindest noch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Stellen auf Dreierkette um, werfen alles in den Angriff. Doch der Ausgleich, ja der gelingt nicht mehr. Auch weil Minyarikova in der Nachspielzeit in aussichtsreicher Position verzieht. Mit diesem Erfolg macht der FFC für Fester in der Tabelle zwei Plätze gut und liegt nun auf Rang 7. Ja, wir haben uns natürlich einiges vorgenommen, nachdem es in den letzten Spielen auch gut gelaufen ist für uns. Aber wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, eigentlich ab der ersten Minute nicht geschafft umzusetzen. Und es hat eigentlich der Gegner genau das gemacht, was wir wollten, nämlich sie haben uns nicht ins Spiel kommen lassen. Wir haben es auch verabsäumt, ordentlich in die Zweikämpfe zu gehen und die Aggressivität aufzunehmen. Und spielerisch war halt einfach über 90 Minuten fast nicht viel vorhanden. Es waren eigentlich aber auf beiden Seiten wenig Torchancen, nur hat der Gegner einmal ein Tor mehr gemacht. Wie groß ist der Felsbrocken, der runtergefallen ist? Ja, sehr. In dem Moment, wo wir uns jetzt befinden, sind die Punkte alle wichtigsten. Zum Spiel haben wir schon gewartet, dass ein Kampf betont gespielt wird. Aber spielerisch war die erste Halbzeit von unserer Seite relativ gut. Und das zweite ist wirklich noch im Kampf gegangen. Ich habe mir den Vater ein bisschen verloren, aber schlussendlich, glaube ich, verdient gewonnen. Wir kommen zum Schulsport. Kinder und Jugendliche zum Sport zu animieren, ja, das ist eine wichtige Aufgabe, welche bei uns mit verschiedenen Sportaktivitäten in der Schule gemeistert wird. Schulsport in Vorarlberg hat österreichweit eine Vorreiterrolle und die erfolgreichen Jugendlichen wurden in Dornbirn geehrt. Am Dienstagabend war die Innatura in Dornbirn Schauplatz für das erste große Highlight im heurigen Schulsportkalender. Die bei den Bundesmeisterschaften erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler aus Vorarlberg wurden ausgezeichnet. Für die jungen Talente ist dies natürlich ein toller Moment. Und die freudigen Gesichter sind auch die Bestätigung, dass der aktive Schulsport im Ländle genau der richtige Weg ist. Diese vielen begeisterten Pädagoginnen und Pädagogen, die hier mitarbeiten, diese Riesenunterstützung, die wir von Seiten des Landes bekommen, die wir von Gönnern unterstützen und Sponsoren, man sieht, alle ziehen an einem Strang. Und das große Ziel eines jeden ist, die Kinder zu bewegen und zu sehen, dass sie Freude am Sport und an der Bewegung haben. Und das ist eigentlich die Motivation für uns. Ich denke, jedes Kind, das sich bewegt, ist für uns ein Riesengewinn. Ohne gute Partner wäre es nicht möglich, den Schulsport im Ländle voranzutreiben. Und die Partner selbst sehen für sich auch klare Vorteile. Uns ist das Spulsport-Thema ein ganz großes Thema, weil wenn ich heute die Jugendlichen anschaue, im Prinzip hocken sie im Wohnzimmer, im Kinderzimmer oder sind in sozialen Netzwerken unterwegs und sind auf dem Handy. Das heißt, darum ist es uns eigentlich ein sehr großes Anliegen, die Kinder über den Schulsport zu unterstützen, damit sie wieder auf den Plätzen zu sehen sind. Ja, wir haben doch jedes Jahr im Valplu über 10.000 Eintritte von Schülern und Vereinen. Und da sieht man schon, wie stark auch der Schulsport oder der Schwimmsport verankert ist im Vereinsleben. Und wir merken aber auch, dass es immer schwieriger wird für Vereine, gerade im Jugend, da Vereinsmitglieder zu generieren. Und ich glaube, da muss man bei den Schülern anfangen. Der Schulsport macht das doch hervorragend. Und da ist es einfach unsere Unterstützung auch für diesen Schulsport und für das Breitensport und insbesondere für das Schwimmen. Wir sind jetzt doch wohl schon fast, glaube ich, acht Jahre dabei als Partner. Was die auf die Füße gestellt haben, da muss man echt den Hut ziehen. Und an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön und ein großes Lob an den Christoph. Zwischendurch gab es dann auch tolle Aufführungen. Die Kombo der MS Bregenz Stadt sorgte für musikalische Unterhaltung. Der Akrobatik- und Showtanzverein Walgau präsentierte einen Ausschnitt des Gymnastrader-Programms. Und die Breakdance-Crew der FRK Dance School und Academy in Dornbirn heizte mit einer Hip-Hop-Performance richtig ein. Ein großes Vorbild für die jungen Sportlerinnen und Sportler ließ es sich auch nichts nehmen, hier dabei zu sein. Ich finde vor allem der Schulsport, da werden die ganzen Grundlagen aufgebaut. Da wird das ganze, der Spaß an der Bewegung, das wird gefördert. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das muss weitergemacht werden. Und deshalb finde ich es cool, dass es auch so Schul-Olympics gibt und die Veranstaltungen da nochmal einen Ansporn für die ganzen Jungen sportlich. Ein toller Abend also in der Innatura in Dornbirn und man darf sich auch schon auf die nächsten großen Erfolge im Vorarlberger Schulsport freuen. Gratulation auch noch von meiner Seite. Ja, das war es bereits wieder mit Fokus Sport. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir sehen uns. Wir sehen uns.